Wehe, hier kommt ein Funke drauf, dann... Oh, stopp, stopp! Willkommen zurück zu einem neuen Video von dem Yata Gear Hit. Ich möchte noch einmal kurz was zur letzten Woche sagen. Da hat der Michael so einen netten Kommentar unter unserem Video hinterlassen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann verlinken wir euch das nochmal oben, dass ihr das vielleicht einfach nochmal von Anfang an gucken könnt. Es wird demnächst noch ein Special-Video geben. Und dazu dürft ihr gerne all eure Fragen, die ihr habt, nochmal hier unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind wieder beim neuen Teil, bei meinem blauen NA. Und jetzt könnt ihr mal schauen, wie das aussieht. Das durfte ich gestern selber abmachen. Hat bestimmt sehr weh, Uwe. Es tat sehr weh. Jetzt kann der Alex mal rüber gehen. Komm mal mit. Und zeigen, wie das jetzt im Nachhinein aussieht. Es ist noch nicht ganz fertig. Der Reinhold hat die Dinger schön angepunktet mit seiner Maschine. Wir haben jetzt hier, das ist der erste Versuch, den der Reinhold gemacht hat. Und zwar dieses Bleche von DL. Ich glaube, das kriegt man auch aus dem K. Das hat er jetzt komplett genommen. Anstatt immer einzelne Bleche anzufertigen und da oben einzuschweißen, weil das ist viel zu viel Zeit. Ein paar Punkte haben wir noch. Hier vorne am Längsträgerübergang jeweils. Auf der anderen Seite auch. Dann meinte der Reinhold, aber das ist kein Problem. Dann haben wir hier. Das passiert, wenn ihr lange Zeit lang den Kotvögel mal nicht löst und die Blätter hier rausholt. Dann sammelt sich hier die Feuchtigkeit und ja, dann geht's los. Hier geht das noch. Aber hier sind die Schrauben abgebrochen. Jetzt müssen wir hergehen natürlich. Ich kann euch das mal zeigen, wie das dahinter jetzt aussieht. Und zwar, ich muss jetzt gucken, wo ich die Markierungen hier drauf setze, dass das hier hinterher alles übereinpasst. Weil sonst bohre ich hier hinterher Löcher und dann in die Luft. Und dann haben wir ja nichts zum Schweißen. Wir brauchen ja quasi die Anhaltspunkte. Jetzt muss man quasi hergehen. Arnold hat das auf der anderen Seite so gemacht. Hier ist so eine Kerbe. Und diese Kerbe ist quasi unser Blechertuch begleitet. Da werde ich die Markierung entlang setzen. Das setzt sich in den Blech hier vor. Das ist die Stelle. Genau. Und dann haben wir hier noch ein Y-Stück, was hier leider verloren gegangen ist durch die Fischerarbeit einer anderen Werkstatt. Aber der Reinhard Ante, das reicht doch schon aus. Jetzt wird jetzt so das überschüttige Zeug entfernen. Hier müsst ihr aufpassen, da darf man nicht allzu weit rein, weil dahinter schon das Versteifungsblech ist. Die markierten Punkte müssen wir jetzt... Die muss man halt raussuchen. Die sieht man auch manchmal auf der anderen Seite. Ich schlafe die mal so lange an und dann seht ihr irgendwann einen Punkt, der sich dann so daraus entwickelt. Das ist der Schweißpunkt. Dann sieht man so einen Rand. Und da fängt das Blech von der anderen Seite an. Da muss man aber auch schmerzfrei sein. Unter Absprache mit Reinhold, das machen wir auch neu, die Verstärkungskante hier. Jetzt gehe ich einfach hierher, ziehe diese Naht durch und kann ich das so abweißen. Die haben das Blech da drunter umgekantet, deswegen kriege ich das nicht wahr. Ja, dann schneid, oder? Wenn du jetzt ein ordentliches Auto hättest, ne, wolltest du das nicht machen. So, ich gehe jetzt her und glätte schon mal hier diese Schweißnähte. Dann hoffe ich, dass der Reinhold morgen dann den Radlauf fertig macht. Die Seite sieht ja okay aus, die andere Seite muss er auch noch die Innenseite machen. Also hier, das ist immer okay, aber auf der anderen Seite ist das auch gut. Das ist ja jetzt ein Rohling für den Na-Radlauf. Das wird jetzt der rechte Radlauf. Den linken hast du ja gerade da hinten gesehen. Den muss ich jetzt noch bearbeiten. Dann ist jetzt ein fast fertiger NB-Radlauf für ihn. Ja, so sehen die dann halt aus, wenn sie fertig sind. Wenn ich sie jetzt verkaufe, dann wird hier noch ein bisschen nachgerichtet, damit das schön glatt ist. Aber wenn ich die einbaue, ist das nicht so wichtig, weil da hämmer ich ja sowieso noch drauf rum. Und hier kommen halt Schwellerbleche. Ich mache jetzt erstmal das Wichtigste an den Schwellerblechen. Das werden rechte Schwellerbleche für den Na. Ja, das wird ein Außenblech. Das wird ein Innenblech. Das wird ein Innenblech. Deswegen, das ist ein bisschen länger, weil ja unten die Kante dann dran muss. Das sind die Wichtigste, da muss man ein bisschen mehr fummeln. Das muss man jetzt ein bisschen einstellen, denn die sind hinten fünf Millimeter breiter als vorne unten an der Schwellerkante. Erster Schritt. Und man sieht so schon, hier ist fünf Millimeter schmaler als hier. Siehst du, dass das ein bisschen breiter ist? Wenn man da entlang guckt, kann man das sehen. Deswegen muss ich das immer noch ein bisschen schlechter reintun. So, das wird dann das Innenblech. So, und jetzt kommen die Wasserabläufe. So, das ist jetzt fertig gebördert und jetzt muss man auch noch ein bisschen beschliffen werden. So, jetzt habe ich hier das Rasslauchblech. Das werden wir jetzt erstmal anpassen, mit Flechtschrauben befestigen. Dann kommt es noch mal runter, damit alles grundiert. Dann können wir es schon verschweißen. Ich bohre jetzt ein paar Löcher rein, damit ich da Blechschrauben reinmachen kann und das ganze Ding mit Blechschrauben erstmal anheftiges an. In der Karate Crustus 2000 Ich bin kein Rost mehr, nööö. Nööö. Also, es ist ja ein Rost mehr. Was ist das denn für den Last Christmas Beat? Jetzt vorsichtig. Das ist Avon to Break 3. Form 3. Ich weiß. Also vorsichtig. Wenn ich immer so einen Punkt nach dem anderen lasse, kann ich es ja mal versuchen. Und Irmö, wie war es? Lass es mal schweißen. Macht Spaß. Dieser Moment, wenn ein Freund sagt, er kann schweißen. Ich hätte diesen Meme. Ja. Das kann man ja... Ich glaube, der hat das hier... Den Fluss hat er zu stark eingestellt. Aber das gar nicht... Ja, 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 ja. Warte, pass auf. Jetzt leuchte mal hier rein. Das wird ja eh dann wieder so glatt gemacht. Genau, wenn man das eigene Versagen damit kaschieren, dass die Einstellung nicht stimmt. Das Teil war eigentlich da hinten an der Wand. Aber das musste der Reinhold natürlich abmachen, weil wehe, hier kommt ein Funke drauf. Oh, stopp, stopp. Stopp. Da ging jetzt tatsächlich mal so eine Firma auf. Die letzte Stelle immer. Wie gesagt, ob ich keine Sie. Das war jetzt am Wöchel... Das ist halt ein Dämmzeug, das hat halt gelegen. War das jetzt hier rein, oder war es auf der Höhe? Das war von unten bis oben. Das letzte, wo gebrannt hat, war oben. War hier. Weißt du, wer dieses Gefühl kennt? Hm. Der Jan? Hallo Jan. Ich habe jetzt erstmal die Nähte, wo ich nicht punkten kann. Hier zum Beispiel die Verbindung zwischen dem neuen Schweller und dem neuen Wattlauf mit einer MIG-Lötenaht verbunden. Ich habe dann gerade dann eben auch die Naht gemacht, damit das Blech nicht übersteht. Und da ich jetzt hier am Löten war, habe ich das bisher noch nicht gemacht, dann habe ich das jetzt hier auch verlötet. Dann haben wir hier schon mal die Ecken verlötet. Dann muss ich gleich noch dieses kleine Stück verlöten. Das mache ich aber erst, wenn ich alles andere verpunktet habe, sodass ich hier nichts mehr verziehen kann. Ja, und das Ende hatte ich schon verlötet hier. Hier, das ist natürlich auch so eine Verbindung. Und den Rest, der jetzt überbleibt, den machen wir mit dem Stoßpunkt ab. Da sind jetzt bei den Stoßpunkten ein paar Punkte gekommen. Die sind ein bisschen tief reingegangen. Die kommen mir ein bisschen dünn vor und die löte ich jetzt neben den Punkten, die ich jetzt zugemacht habe, wo ich gerade die Blechschrauben drin hatte. So wie den hier. Wenn man immer so guckt, siehst du das hier, der ist ziemlich tief reingegangen. So, da ist der Ranz und dann, die löte ich jetzt alle noch zu. Und hier vorne, wenn ich die jetzt nachlöte, diese Punkte, sehe ich beim Löten direkt, ob es wirklich durch war. Wenn es zu dünn ist, dann merkt man das. Okay. Oh, der ist jetzt schon weiter rausgekommen. Das war gut, der ist besser. Der zweite wird immer besser. Ist egal, was man macht, ne? Der zweite war immer besser. Und so ist es dann in geschliffen. So ist es dann geschweißt, abgeschliffen. Ja, dann muss man sich immer so glatt jetzt nur noch verputzt und lackiert werden. Kante schön gebürt. Sicherheitshalber mache ich immer noch ein paar Schweißpunkte hier hin. Warte nicht unbedingt sagen, Mist, da mache ich ja sicher. Und so. Ich muss jetzt noch ein bisschen reinlaufen. Ich versuche immer, der Innere, der Sicke, eine schöne gerade Linie hinzuprägen. Dann ist es unheimlich schwierig, das zu verputzen und vernünftig beizusprachen. Ja, da haben wir jetzt schon eine schöne gerade Linie. Und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Ja, das sieht doch wieder sehr schön aus. Langsam geht es wieder mit einem blauen. Jetzt hat er wieder mit, damit die Woche fertig ist. Das Schlimmste ist er jetzt hinter. Jetzt müssen wir noch vorne die Längsträger in Stand setzen und die Stücke Schweller, die unterm Kotvögel sind und die Kotvögel noch in Stand setzen. Du hast Arbeit mitgebracht. Ich habe Arbeit mitgebracht. Dann wird die Woche fertig. Morgen geht es weiter. Morgen fangen wir vorne an dem Schweller an. Sehr gut. Okay. So, liebe Leute. Mein MX-5. Wie ihr wisst, der Rostzustand war echt miserabel. Ich bin auch dem Reinhold Winzenburg unendlich dankbar, dass ich bei ihm mein Auto machen lassen konnte und dass er mir auch sehr viel geholfen hat und mir auch viel beigebracht hat. Wie ihr seht, ist soweit jetzt alles fertig. Ich bin überaus glücklich mit der Lackierarbeit. Auch nochmal danke an seinen Lackierer, den Nico. Ja, wie ihr wisst, waren die Schweller durch. Im Prinzip war hier nur noch die Versiegelung und die weiteren Vorkehrungen waren dann noch zu machen zum Lackieren. Ich hatte halt die Möglichkeit, ob ich den jetzt nur beilackieren lasse oder volllackieren lasse. Ich habe mich dann dafür entschieden, den volllackieren zu lassen. Eben, weil ich auch noch so ein paar Macken hatte. Die Haube war auch ein bisschen verbeult und dellend. Wie ihr wisst, ist das ja auch relativ schwer, den passgenauen Farbton zu treffen für die ganzen Übergänge. Da der jetzt komplett restauriert ist, möchte ich noch ein Wertgutachten erstellen lassen von dem Wagen, um das Ganze abzuschließen. Damit bin ich auch auf der sicheren Seite. Mein größter Dank geht auf jeden Fall nochmal an Reinhold. Also wenn ihr Karosseriearbeiten braucht oder Hilfe braucht bei sowas, sei es auch nur Bleche, ihr könnt auf ihn zugreifen. Er hat seine eigene Seite, er hat Facebook. Ruft ihn an, meldet euch bei ihm. Der hilft euch gerne und der ist immer mit Herzblut dabei. Und auch danke nochmal Nico den Lackierer für die Top-Arbeit. Kann ich auch empfehlen. Ja, ich bin überaus glücklich. Also die nächsten Projekte, die kommen, werden jetzt im Prinzip nur noch Motor sein. Ich habe ja noch den 1,6er Motor drin, vom NB, den ich auf NA-Technik umgebaut habe. Und ich habe ja noch den Vivit-Motor. Das wird ein Langzeitprojekt. Mal gucken, was uns da alles noch erwartet. Und ihr werdet uns natürlich wieder begleiten. Bis dahin eure G-Hits. Und... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.